schönen guten morgen ja wir leben in bewegten zeiten und das zeigt mir zumindest dass es gut ist auch die kleinen dinge im leben zu genießen wie zum beispiel eine gute tasse kaffee am morgen ja von dem hintergrund des angriffskrieges russlands gegen die ukraine der steigenden energiepreise steigende inflation steigende zinsen stellen sich anleger natürlich die frage wie gehe ich jetzt mit dieser situation eigentlich um was soll ich tun welche möglichkeiten habe ich dort und wir von antea möchten ihnen gemeinsam mit unseren partnern ansa capital commodity capital und swiss life asset management lösungen und möglichkeiten an die hand geben wie ihr kunde mit dieser situation professionell und positiv umgehen kann wir laden sie daher recht herzlich ein zu unserem investment frühstück vom 22 bis zum 24 11 in würzburg stuttgart oder mannheim und freuen uns dort auf ihre teilnahme melden sie sich jetzt gleich an und lassen sie uns den tag dann mit einer guten tasse kaffee beginnen